so aufnahme läuft fragmente ist schon am laufend hier zack hinterher man könnte wissen fragen warum die so viel mehr verbrauchen ja genau das aber der typ hat das halt auch so erklärt du hast auch der prozessor ist zwar klein aber der gehört ja auch auf der platine auf das board auf der motherboard und bei der grafikkarte ist auch du hast ja eigentlich den gpu schippen und dann hier nicht hoch kann ich keine leiter klettern wie geschaut auch jetzt hat er eben nicht angezeigt da los wieder was man das eben vor mir ist einer irgendeine figur immer hoch und runter gesprungen vorsicht hinter dir weg komm mal in der richtung oh nein das ist schon wieder so eine scheiße man die mutter die geht mir da auch im sack weiter das ist aber was ist denn hier los ich muss mal kleine spritze setzen sonst habe ich ein problem nicht mal was treffen würde wäre das gut ach da oben ist ja die die alte oder sie war da und du hast dich schon gekümmert so jetzt kriegt er noch mal hier einen platz aber die ist laden ja manchmal nervt das ja noch so genau müssen mal gucken also vor uns ist das ja noch genau alter wieviel verträgt er denn es gibt es doch gar nicht ruhig man man geht tot der ist aber gut drauf du krieg den gar nicht tot ich schieße und schieße ist ja hinter diesem blöden tuch nee wo ist denn jetzt hin oder ist er umgefallen sieht so aus ja hier gibt es munition ah das ist gut du hast ganz schön viel verballert ja so spritze muss ich mir auch noch mal geben genau das ziel ist irgendwie hier hinterher ja dann gibt es auch ein ziel aber du hast auch schon einen neuen charakter du warst doch nicht vorher eine frau ne stimmt ich war vorher ein kerl ne ja gott sei ist mir gar nicht aufgefallen der eine genauso wie der andere ne ja genau ach so jetzt haben wir immer noch die spritze in der hand was hast du denn für ein gewehr du das hat ja so ein das ist ein scharfschützengewehr ja genau ich habe ein zielfernrohr alter das ist ja hammer und das ist ja richtig geil weil das habe ich gerade neu bekommen sozusagen ach so du hast ja schon umgebracht ja die kann man gut messern das hier ist ja gar nicht so komisch ich habe gedacht das wäre näher dran oder so ja wir sind doch keine zombies und die ob unsere gegenspieler hier durch sind das kann sein ja ich höre sie auch muss ich mir erst mal löschen oh ich treffe gar nicht einmal auf die geschossen nicht einmal getroffen ja es ist ja teilweise aber auch verzieht der finde ich ganz schön ne ja ich würde eher sagen ich kann nicht zielen ja das kann auch sein ja aber ich habe gerade auch auf die rübe von der alten gezielt und wollte abdrücken und dann ja habe ich genau neben den kopf geschossen na super das hat sich komisch falsch angehört ach so okay auf die rübe gezielt und dann abgedrückt hier sind sie die schweine unsere mitspieler oder gegenspieler er hat mich getroffen oh er hat mich erschossen scheiße gucken wir ob er hier scheiße ich habe ihn genau im visier ich glaube ich kann ihn gleich weg ne ich habe keine munition mehr scheiße alter das das für eine scheiße aber du kannst mir auf jeden fall aufhelfen ja ach so doch nicht shit